Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Prey Ja genau, Sacrifices, wollen wir mal schauen Naja mit der Hand von der Kreatur ja Die Hütte aufgemacht Hehehe Verdammte Scheiße, ey Ja gut, hier gibt's erstmal Heilung, ist super Ach du Scheiße Ich kann hier nicht durchschießen oder wie Äh Okay Das Dann wohl mal nen Bosskampf Ach du Scheiße Wie soll ich ihn denn jetzt Watt machen, ja Ja ne, ist klar Watt mal Ja Ja Okay Ja Entweder Entweder So, jetzt habe ich auch so eine Bumme hier. Ich habe von ihm eingesammt, weil ich ihm den Arm abgeschossen habe, das ist doch geil. Na komm, gib mir die andere vielleicht auch noch hier. Ja, wo ist Jen? Wo ist da eine Freundin? Die gehen wir mal irgendwie retten, ja? Die ganze Zeit schon. So, gut, dann müssen wir da wohl rein. Kann man sich wieder schön auffüllen hier? Okay. Oh shit. Ach, Granatwerfer ist auch noch gleich mit drin. Und das ist auch praktisch. Ich komme zurück. Ich bin immer wieder. Es ist auch ein Mann. Es ist kein Wunsch. Es ist ein Wunsch. Munition und alles Okay, dann will ich durchkommen Kann mir nicht eben von hier Klasse, ich wollte eigentlich nochmal hoch Machen wir das so Und war schön auf hier Ja, muss ich wohl hier oben lang, ne? Jetzt werden wir da gucken hier Gravitationsumbieger hier Erstmal hier was? Gucken wir erstmal hier Okay, hier können wir herein Dann ging es ja noch einen Weg lang, oder? Wenn mich das jetzt nicht alles täuscht hier Nämlich da lang Ne, hier waren wir irgendwie schon, ne? Da brennt's Okay Ja, total verwirrend wieder hier Aber gut Es ist witzig, dass diese Waffen irgendwie alle leben, anscheinend, ne? Ja, das Ding lebt ja auch Das einzige was hier nicht lebt ist, ist der Unterschlüssel Der Unterschlüssel Ach gut Dann machen wir mal auf die Bude hier Guten Tag Guten Tag Warum gefällt mir das gar nicht was ich da höre? Warum gefällt mir das gar nicht was ich da höre? Was ist das? Was ist das? Das ist das, die Leute wieder? Was ist das? Hey, warte! Hm Okay Fumm. 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 So, jetzt bist du aber weg vom Fenster hier, oder? Was zum Geier ist das hier? Ich kann und ich soll das vermutlich abschalten, ne? Ja gut, dann machen wir das mal, wa? Noch irgendwer, der sich mit mir anlegen will, hm? Ah, ich kann jetzt durchlaufen, okay. Das ist jetzt weggebeamt. Oh, der kam ja aus dem Boden und ist jetzt hier kaputt, ja, na gut. Na, gibt's hier wieder. Caution, falling, was? Vorsicht. Falling Debris from Shuttle Tower. Okay. Ich hoffe, dass das nun genau heißen soll. Okay, da kommen wir nicht rein. Ja, da sind andere, okay. Ja, aber wir werden jetzt ja hoffentlich noch nicht noch mehr Kräfte erlernen und einsetzen müssen, wie bei, äh... Bioshock Infinite, oder? Das hat mich nämlich mal ziemlich genervt, ehrlich gesagt. Und da kommen. Ich bin nicht mehr, dass ich mich nicht mehr schümmen fühle. You must listen to me, Tomasi. No, Grandfather, do as I ask. Please, Tommy, go to the Spirit Cave. I have something to show you. Jo, denn. Ach, hier durch. Okay. Schön gemacht. Man hat es mit der Krümmung der Erdoberfläche vielleicht ein bisschen übertrieben anhand der Wolken, aber... Für so ein altes Zock ist das nett. Ach so, da geht es auch wieder hier raus, ja. Jen, she's alive! She lives, but your training is far from complete. You have much to learn if you are to survive what lies ahead. There's no time. Jen needs me now. If this is the path you are determined to tread, so be it. But you should know that there will be consequences. I'll deal with that when the time comes. We shall see, Grandson. If you will not accept the knowledge I have to offer you, perhaps you will accept the help of others. There are brothers around you from many tribes. Some have hidden among the Dark Ones for centuries. They have powerful medicine, Tommy. They can help you. Their fires will guide you. Watch for them. What fires? What are you talking about? Wir wollen mal gespannt sein wie es dann weitergeht. Guiding fires. Das ist dann, ja, die nächste Folge. Jo, und dann sage ich mal bis dahin. Haut da rein, wenn es wieder heißt. Pray. Bis dann.